Ja, aber die sind wirklich viel Keine Ahnung, wie wir den schon da machen sollen Man kann ja auch nicht irgendwo anders hinlocken Und woanders ist aber selbst wenn man es schaffen würde Genauso wie da Also scheiße Oh, jetzt ein bisschen Feuer, dass mich trifft Egal was ich mache Dass ich weder blocken kann noch dem Na, theoretisch gibt es die Möglichkeit Mit ganzem Glück dem auszugleichen Aber objektiv gesehen trifft man ein Wird man einfach getroffen Was macht denn das da Oh, der trifft mich jetzt mal nur einmal Kannst du nicht einfach immer dieses erste Ding machen Wie soll ich denn einen Gegner besiegen Den ich nicht ausweichen kann Ich bin nicht ausweichen Ich bin nicht ausweichen Ich bin nicht ausweichen Ich bin nicht ausweichen Oh, oh, oh. Wie habe ich den Weg jetzt ausgewichen? Geht auch sonst nicht. Wollte ich ja schon sagen, es geht auch sonst nicht. Geht auch nicht. Aber jetzt treffe ich wieder nichts, weil die Sachen zwei Millimeter über mir sind. Ich habe leider nur eine kurze, helle Bade. Das ist für mich auch nicht wirklich ein sichtbar, wann er den welchen Angriffen macht. Das mache ich gleich wieder in den anderen Angriff. Nein. Egal. Jetzt bin ich wieder so gut wie tot. Treffe ihn natürlich nicht, weil er über mir ist zwei Millimeter. Ach, komm schon. Ja. Ich sehe schon, einfachster Boss im Spiel. Verarschen kann ich mich selbst. Verarschen kann ich mich wirklich selbst. Kann ich irgendwo anders hingehen? Nein, mit dem Drachen. Nein, da kann ich nicht hingehen. Habe ich noch irgendwas anderes als die Drachen? Ach ja, richtig. Die Geister, da kann ich auch nicht hingehen. Und die unendlich spawenden, untoten Skelette. Da kann ich auch nicht hingehen. Und hier schreibe ich den Boss nicht. Toll. Ich habe also gar keine Alternativen hier, gell? Ist doch schön, wenn man keine Alternativen hat. Dann kommt Kapitalismus. Kannst teilnehmen und sterben oder sterben. Boah. Ist da noch irgendwas? Ne, das ist genau wie weiter vorne, aber halt weiter hinten. Da ging es auch nicht mehr weiter oder so. Ne, hier war nichts mehr. Was ist jetzt halt weg? Das heißt, er macht jetzt gleich das Feuer und trifft mich auf jeden Fall. Machen wir hier vielleicht. Ist hier besser, wo ich mehr Platz habe. Wahrscheinlich nicht, aber... Was macht er denn jetzt? Moment, das hat er noch nie gemacht. Toll, jetzt macht er neue Sachen. Gut, dass ich hierher gelaufen bin. Jetzt macht er noch mehr Zeug. Die will nicht klarkommen. Ich drück doch die Leertaste. Ich bin tot, ne? Natürlich bin ich tot. Okay, ihn irgendwo anders hin zu locken, sorgt nur dafür, dass er noch mehr Zeug macht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir wollen ihn also nicht irgendwo anders hin locken. Geil. Gibt's den Trick? Ja, ja, bestimmt. Bestimmt gibt's den, ja, ja. Ich muss mich raten, dass es Glück haben und alles so ist, dass der Boss immer nur diese eine Sache da macht, die am einfachsten ist zu überleben und auszuweichen, die überhaupt möglich ist auszuweichen. Einige seiner Attacken kannst du gar nicht richtig ausweichen, weil ich trifft unabhängig davon, was du machst. Ich kann... Ach, komm schon. So weit nach vorne bin ich gar nicht gelaufen. Mhm, das wird noch sehr lange dauern. Kann aber wirklich nirgendwo anders hingehen, aber nee. Doch, Moment, das Tor ist offen, ne? Wie kam ich denn aus dem scheiß Sumpf wieder weg? Ich weiß halt wirklich nicht. Ich sollte vielleicht jetzt irgendwo anders hingehen. Das Tor ist ja jetzt offen. Aber dann muss ich später wieder hier hingehen. Das heißt, ich muss später wieder durch diesen Sumpf laufen. Es gibt ja auch keine Abkürzung, wie ich das gesehen habe. Nee, es gibt ja glaube ich keine Abkürzung, toll. Ja, wahrscheinlich sollte ich jetzt mal woanders hingehen. Das Vieh ist ja nicht zu besiegen. Das hat mich nicht getroffen. Das ist ein Bug gewesen. Dann roll dich halt nicht. Trink doch was, Junge. Nie so spät. Nicht so... Trink doch gleich was, wenn ich drück. Und nicht eine halbe Stunde später. Nein, das war zu früh. Das war... Ach, egal. Ich besiege ihn eh nicht. Ja, dann wollte ich nicht. Muss ja auch nicht. Ach, diese Kack-Mechanik. Wünsche, die würde funktionieren. Aber... Falls irgendwas einen halben Millimeter über die ist, hört auf alles. Seht gar nichts mehr. Ja gut, hier kann ich ihn nicht treffen. Nein, hör auf die rum zu wollen. Guck, jetzt bin ich eh gleich wieder tot. Schön, wie die Steuerung so gar nicht funktioniert. Okay, wir gehen jetzt woanders hin. Das Vieh ist ja nicht zu besiegen. Reicht mir jetzt kein Bock mehr. Gab es hier eine Abkürzung? Nein, ach... Ähm... Ist auch so. Das hat mir auch nichts gefüllt. Nein, nein. Mal den hier, das war... Ja, passt. Wo die woanders hin, da brauchst du es nicht zu besiegen. Wo jetzt noch eine Stunde hier hängen, kein Bock mehr. Ich muss wieder kommen, wenn ich stärker bin. Kommen wir hier irgendwo schnell raus? Nee. Ist irgendwo eine Abkürzung? Natürlich nicht. Echt. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück in diesen scheiß Sumpf laufen. Ach, komm. Und vom Sumpf aus muss ich dann da hochlaufen. Ach, hör mir doch auf. Mir wächst mal wieder irgendwo eine Abkürzung hinbauen können. Aber nee. Die ganze scheiß Drecksweg wieder gehen. Ach, komm. Vielleicht ist es hier noch irgendwo. Nee, hier ist alles dicht. Und später muss ich dann wieder hierher rennen, wenn ich stärker bin. Äh. Äh. Ja, richtig bock zu. Äh. Ist da hinten eigentlich noch irgendwas? Ne, oder? Ne, eine unsichtbare Wand ist da hinten. Wie komme ich da am schnellsten rüber? Einfach durch, einfach durch. Boah, Scheiß-Sumpf hier ja weg. Ich stelle da so... Den juckt's. Ah, toll. Moin! Ach, weg, ich sehe nichts. Du küsst mir doch die Sicht, du dummes Dreck. Wo war denn diese Kackhöhle hier? Punkt 1. Punkt 2 ist dann, wie komme ich aus der scheiß Stadt hier raus? Ah, jetzt mal zum Leuchtfeuerer gehen. So, ne, hier ging's nicht... Ne, oder? Ne. Ich musste schon... Ne, was? Achso, hier war nur die Kiste. Hinten war zu, oder? Hinten war zu. Kenne ich nicht richtig, ist ja dunkel hier. Ja, ist zu. Das heißt, ich muss jetzt hier links hoch und dann war da, glaube ich, irgendwo ein Höhleneingang, glaube ich. Oh, nein, es war hier unten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. ich... Ach, ich war doch wohl auf Land. Willst du mich verarschen? Hör mal. Darf ich da mal hochgehen? Nein, okay. Nicht... Nicht über dem Vieh und dann funktioniert die Hit-Detection wieder so behauptlich, weil alles, was fliegt, kann man nicht richtig bekämpfen. Ach. Ich hasse dich auch, du dummes Kackspiel. Ist ja alles schlimmer als bei mir. Was ist hier oder noch eins weiter oben? Ganz oben. Ich glaube, es war ganz oben. Aha. Schön, dass ich darf dann später wieder hier hinrennen. Dann gibt es wahrscheinlich immer noch keine Abkürzung und dann darf ich wieder zurückrennen. Ah ja, da wurde der Gegner direkt oben auf mich. Wo ist denn jetzt dieser Kack? Bin ich hier richtig? Ne, jetzt bin ich schon wieder zu weit oben. Bin ich zu weit oben oder bin ich jetzt hier richtig? Ne, ich bin hier richtig. Glaube ich. Was weiß ich? Ist alles gleich? Ne, jetzt bin ich falsch. Aaaaaah. Aaaaaah.